Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. Letzte Folge haben wir verzweifelt versucht eine Batterie zu finden. Das geht jetzt natürlich weiter, denn ich habe keine Ahnung wo die ist. Ich laufe jetzt hier nochmal durch die Gänge, wie ich gestern schon gemacht habe. Oder muss ich, das kann ja nicht sein, dass sie hier im Schrank versteckt ist. Die muss ja irgendwo. Oder schwebt die da drin rum? Ich laufe nochmal zurück. So, gibt es hier eine Batterie? Muss ich die Batterie jetzt wirklich freispielen? Oder wie, oder was? Ich weiß sonst nicht, wo eine Batterie sein soll. Hier gibt es keine. Ja, ich zeig mal, habe ich noch ein Knötchen? So, oh, danke. Cool. Okay, ich... Da gibt es noch Kredits. Hier liegt aber auch nix von der Batterie. Oder hat hier irgendjemand so eine komische Karte, damit wir da reinkommen und da ist die Batterie? Denn wir brauchen eine Schlüsselkarte. Zentraler Nexus. Muss ich drauf treten? Huch. Entschuldigung. Ne. Oder kriege ich die Schlüsselkarte auch beim Freispielen da? Hier gibt es partout keine Batterie. Batterie. Das gibt es doch nicht. Achso, ne. Doch. Ne. Hier ist auch nirgendwo einer. Hier auch nicht. Oh, hier gibt es noch n... Medi-Pack. Das kann jetzt nicht sein. Hier fällt doch garantiert keine Batterie raus. Komm mit mir. Oh, mein Gott. You're coming home with me. Mensch, als ob ich die da nicht gesehen hätte, ey. Schlimm. Ah. Überall dieser ganze Müll hier Scheiße, scheiße, lass mich doch mal durch Ja, du blöde Sauri Oh, wie? Haha, nicht getroffen Oh, jetzt aber Los, licht dich hin, Kumpel Du mit deiner eulen Kacklitzung Und warum ist mein Trigger Hallo, Trigger, könntest du mal auffahren Danke Hm, okay Mein Trigger war gerade ultra schwer zu drücken Also vom Controller Was von hier Oh, jetzt habe ich da hinten geachtet. Ach komm. Oh! Ja, klar! Ich will nichts sagen, aber ihr engt mich ganz schön ein hier. Ja, können wir mal ein bisschen Abstand halten. Das wäre nett. Ja, das war so klar. Die haben mich ja richtig in die Ecke gedrängt jetzt. Naja. So. Schlitzelkater. Nicht erschrecken. Der sitzt da unten gleich. Die Schränke öffnen wir auch noch irgendwann. Ach, der rückt. Ah, warte. Ich mache nicht los. Ach, Mann. Komm. Oh, wo hänge ich denn immer? Ja, ich hänge irgendwo fest hier. Ja, an der Bank. Schön. Danke, Bank. Gut und luck hier einmal. Ja. Ja. Oh, shit. So, und der Rest ist mir jetzt egal, weil ich renne jetzt hier rein. Ja. Tschüssi, Kopfschi. Ja. Ja. Ja, hallo? Mach mal. Gönn dir. Ich bin weg. Ich hab dich halt gebaut. Funktioniert nicht. Sie werden niemand mehr verletzt. Tja, Mr. Tempel. Wie scheint? Dr. Mörsa. Alle kratzer. Von Nutzung. Ich lebe noch Mr. Clark. Und dank dieses undankbaren Menschen wird mir die Konvergenz immer noch verweigert. Mörsa, warten Sie. Hey, ich will es verstehen. Was ist Konvergenz? Das wissen Sie doch. Tod oder lebendig. Wir alle spüren die wahre Bestimmung des Markers. Wollen Sie nicht die wiedersehen, die Sie verloren haben? Ich. Ja? Dann helfen Sie mir doch. Mr. Tempel hat sich geweigert. Aber wir sind so nah dran. Alles was auf der Ishimura passiert ist, ist erst der Anfang. Wenn Sie es so ausdrücken, können Sie und Ihr Marker sich zum Teufel scheren. Schade. Aber hey, hier ist neue Waffe. Ein langsamer Tod in der Straße. Och nö, nicht der schon wieder. Nein, ich habe keine Dings mehr. Aber jetzt gehe ich hier rein. Kann ich mir das hin? Ich kann mir dich nicht nehmen, natürlich. So, was muss ich machen? Denn hier ist alles zu... Habe ich hier ein... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oder kann ich ihn jetzt doch töten? Muss ich ihn jetzt doch töten? Irgendwie. Warte mal, warte, warte, warte. Kollege, da... Warte mal, warte, warte, warte. Oh, der haut mich jetzt erstmal, aber ich muss gucken... ...ob ich... ...ob ich habe keine Ahnung, ob das klappt. ...ob ich darf, warte mal, warte mal. Das muss schon mal auf dem Kopf sein. Oh, wir sind so überblickt! Mann! Ich hab ihm den Kopf weggeschossen. Aber der Rigger renoviert sich ja. Scheiße. Das ist offline. Verschlosser. Entkomme dem Jäger. Auch hier töten geht nicht. Entkomme. Schwer! Hier ist zu... Ah, ich muss bestimmt... Ich hab keine Stase mehr. Ich muss bestimmt die Dinger hier abschießen. Irgendwo. Ja, ja. Ja. Ja, wieso ist denn der Rot? Da! Genau das meine ich. Zum Speisesaal. Ja. Boah, boah, boah. Aber du bist tanscht uns, Isaac. Alles wird wieder genau wie vorher. Was? Isaac! Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Ja. 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 Es tut mir leid. Es tut mir alles so leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ziel abgeschlossen. Räume den Weg zum Shuttle frei. Okay. Gott, wieso ist es auf einmal so still? Ja. Oh, ich habe noch nie. Oh, ich habe noch nicht hier. Hallo? Das juckt den gar nicht. Ja, laut doch. Noch lang so mal durch die Pumpe. Oh, 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 oh. Oh, schön. Hä, scheiße. Da komme ich doch. Oh, ein Shop. Geil. Level 50. Zehntausend ist ich hier. Ob sie. Ich wollte nur einen. Oh nein. Schönen Dank. Oh, hier gibt es ein Knötchen. Da benutzen wir den gleich mal. Ach, habe ich schon. Hier gibt es ein Knötchen. Hier gibt es ein Knötchen. Hier gibt es ein Knötchen. Oh, ich kann es an. Oh, ich kann es an. Oh, ich bin ein Knötchen. Ich kann es an. Oh ja. der Erscheinung der heiligen Wesen. Patient? Einstern, Clark. Symptome? Mani? Wahn? Gewalttätigkeit? Was? Was war der Auslöser, Mr. Clark? Ein Problem? War er nicht schuld? Ja, und weiter. Okay. Uh-oh. Jetzt darf ich ihn noch aufrollen. Wo ist er denn? Oh Gott. Text lock. Ja, das lese ich jetzt nicht. Sorry. Oh, gegen den war eigentlich Feuer ganz gut. Shit. Ich werde mal wüssten, wo der... Shit. Oh. Nein, jetzt darf ich das ganze Kram wieder sammeln. Huch. Oh shit. War doch... Ne, war... War richtig. Ja. Das war der, jetzt habe ich mir da wenigstens die Muni gespart. Aber, ne, ja, gut. Der kommt da, der hat hier mit rein. Also, ja. Was war der Bire? Was war der Bire? Das war der Auslöser, Mr. Clark? Heitt. Heitt. Er ist nicht verpasst. Er ist nicht verpasst. Er ist nicht verpasst. Er ist nicht verpasst. Er ist verpasst. Er ist nicht verpasst. Er hat er ein Schafschläge. Er ist nicht verpasst. Er ist nicht verpasst. Er ist bei uns verpasst. Er hat eine F boltz oder Louis. Er ist erkannt. Das war's für heute. Oh, jetzt ist jetzt noch jemand drin. Es ist vor allem was anderes drin. Ach so. Textlog kann ich jetzt nicht lesen. Ist das viel? Wir machen Pause. Ist so ein, äh, ein Gedicht. Schön. Ach da ist O2. Okay, schön. Ja, ja, das muss ich mal um sein. Oh, sowieso nicht. Ja, hallo. Ja, hallo. Ach so. Tschüss. Oh, hier komm ich nicht mal weiter. Was ist das denn? Okay. Zerstöre. Ah. Okay. Jo, er ist drin. Sehr schön. Zumindest, äh... Der fehlt noch. Ach, das ist mal wurscht. Ich hol mal hier... Sauerstoff. Hier ist gut. Oh Gott. Ja, hä? Ach so. Schlau. Super. Der ist auch hinüber. Ah. Äh, aua. Äh. 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 Oh. Dreieck. Dreieck drücken. Nicht. Viereck. Dreieck. Und jetzt hier. Dreieck. Danke. Oh. Von. Okay. 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 Ja, ich war hier nach unten. Aber... ... ... Waaah, seit wann kann ich springen. So, mein Gast, auch. Ich will nicht zu mir kommen. Achso, wo muss ich gar nicht? Speichern. Ähm, was müssen wir jetzt machen? Äh, zerstöre die Ranke im Luxusquartier. Lass ich doch was auch sonst. So, Kollege, hast du hier ne Batterie? Speisesaal, Lagerraum, da waren wir glaube ich auch nicht, oder? Achso, doch. Hier waren wir. Aber wo ist... Wo ist der Jäger? Naja, war auch gut, ne? So, ich sehe hier keine Batterie. Oh, 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 oh. Okay. Was, Staffelpommes? Hier auch nicht. Mensch, jetzt hapert es schon wieder in die Olle Batterie. Süßkartoffelpommes. Wie komme ich jetzt auf Staffelpommes? Achso. Du musst gar nicht langen. Hier bist du... Ja. Du bist da. Oh, Leute. Da ist mal. Oh, Leute. Da ist mal. Gut. Gut. Oh, hier haben wir jetzt aber ordentlich. Da können wir jetzt erstmal rumballern. Oh. Bitte halten Sie diesen Bereich sauber. Ja. Ew. Warte. 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 Oh, ich speichere aber nochmal, bevor wir den ganzen Weg nochmal laufen dürfen. Oh, ich speichere mich. 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 So, war doch easy. Gut. Da lang. Ah, warte, aber was? Nee, von da komme ich, ne? Ja, gut. Nein, ich habe keine Dings mehr. Hä? Zerstöre die? Achso, die ist hier. Oh. Oh, was haben wir denn hier noch? Schön. Und, was machst du so? Abhängen? Ja, schön. Muss auch immer sein, wa? So, wo ist jetzt... Luxusruhe... Cool, ja. Besatzungsmitglied, ey, ist noch am Leben. Wo denn? Irgendwo. In meinem Kopf. Ach, doch, da. Hey. Still. Wo ist die Kackkranke? Du mein Bizarro. Ach, leg mich doch nicht. Nee, da brauche ich ne Batterie. Ach, nee, doch nicht. Okay. 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 Das war's für heute. So, dann würde ich sagen, das Zerstören der Ranken geht in der nächsten Folge weiter. Da geht's zum Vorstandsquartier. Ja, wir haben den Jäger schön auf dem Hals. Ab und zu werden wir die Ranken zerstören. Da bin ich ja mal... Oh Gott, nee. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.